Willkommen zurück zum SoftBot Let's Play! Wir hatten in der letzten Folge Henkys Familie zusammengeführt und wollen jetzt endlich mal die dämliche El-Gork-Geschichte erledigen. Mann! So. Ach, ich soll zurückkehren jetzt. Gut. Es war nochmal da. Wo bin ich jetzt? Also geradeaus und dann hoch und dann rechts. Na gut. Ein bisschen... Ach, perfekt. Perfekt! Nein! Ich verdrück mich immer. Äh, Guava Hiru, ne? Ja. Ja. Okay. 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 Ouch! Keep an eye out for member peg. I'll contact you on my internet when I pinpoint his exact location. Hä? Hä? Was für Daten? Hä? Aha! Welche Daten durch? Ach! Ich verdrück mich immer. Was für Daten! Ich verdrück mich immer. Hm. Hm. Das erreicht er nicht. Na egal. Ich daten aus, was ich war meins. Keine Ahnung. Gehen wir mal zum McKay. Hier. Zum Gemein-Gemeine-Zentrum. Boah. Einmal Gemein-Gemeine-Zentrum, bitte. Oberte Schule. Der Pinta wieder. Okay, danke, du hast das von mir weggebracht. Du könntest denken, dass ich noch ein Problem habe, aber du bist falsch. Okay. Würdest du Freunde auf Facebook sein? Prima. Noch drei Quests habe ich noch, dann ist es fertig. Zerstöre den Menschen-Banner, der ihm jetzt als Slay's Viertel aufgestellt wurde. Okay. 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 Hast du versucht Tweek Brothers' Coffee? Es ist schrecklich, aber für einen Grund, ich kann es nicht stoppen trinken. Ach so! Haha. Bin ich lustig? Harte. Stolz Eltern. Jimmy. Boah, ein Elgor nervt nicht. Was? ClickUp gefällt mir, wenn du ein Junior Elgor bist? Ähm, nein. Klorolle. Papier- Papprolle. Ah, ich kann jetzt reingehen. Stodd ist doch, äh, Butters. Schlafzimmer reingehen. Stock, Geradschlüsse. Kästchen. Ich kann nicht hochgehen. Und das? Entfreunde Elgor. Okay. Oh, Elgor, gehst du auf den Sack? Hast du das? Tja, verhinde, verhinde, dass Elgor dein Facebook voll spammt. Mit Vergnügen sogar. Warte. Der ist wirklich voll Arschloch. Ja, ja, ja. Ah, das kann ich singen, ne? Ja, will ich ja nicht hin. Ich kann nicht einschalten. Ich kann nicht hinzusehen. Und ich kann nicht hinzusehen. Ich kann nicht hinzusehen. Ich kann nicht hinzusehen. Ich werde nächstes Mal behalten. Ey, der kennt man auch, was der Kerl? Willst du bei einem Kinderfamilie vom Schwimmen belästigt? In den Türen stehe ich den Kerl, der nervt. Ist ja schrecklich. Der geht mir wirklich auf den Wack, der Kerl. Wie du willst? Der schläft ein. Im Arsch. Schicke Serviceherber rufen. Ah, du Scheiße. Nein! Achtskopfschutz. Hallo, ich lebe noch. Scheiße. Der Stärker, der ich erwartet habe. Scheiße. Was? Ist hier los? Schon wieder fast tot. Nein! Fuck! Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass dieser Idiot, dieser Schwachmark mich tötet? Warte mal kurz. Wie kann das sein? Das ist so. Unruh. Unruh. Wie kann das sein? Das ist wirklich ein neues Leben vor Ort. Ah. Unruh. Ich habe keine Handschuhe an, die sehe ich gerade. Ja, kennen wir schon. Jetzt schauen wir, wie Sie sich durch eine ganze Präsentation über globales Wärmung sitzen. Oh nein! Ich kann den Heiltag nehmen wir nicht. Geht doch, das meine ich. Oh! Geht doch! Und nochmal angreifen. Diese Idioten können mich im Arsch lecken. Möhn! Möhn! Die einen nur. Ah, immer ordentlich. Untot. Wie, 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 was, was, doch mal. Und darf ich mir zweimal angreifen? Wie kommt das, bitte? Am besten den Begleiter wechseln erstmal, würde ich sagen. Vom Butters. Das ist hier wie schwierig. Ach Mist, Mann. I will not escape the scientific certainty of global climate change. Yeah. Ouch. Das versuchen mal. Dann wird Chaos. Prozessor-Kaos, man. Let's see how you like dealin' with me! Excelsior! Let's go! Alle brennen erstmal Machtpunkte, oder? Machtrank Das ist dein einzige Lösung! Wird das gar nichts? No, 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 no! Ah! 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 LS Oh Fuck. Ich will mich erstmal aufladen. Machtpunkte. Und Chaos. Nein! Ach. Oh man, Machttrank oder Stärkeltrank? Ich denke, er entlädt sich gerade Aufkranzerzeit. Oh man, ja. Oh man. Oh man, ich glaube, dass ich mir nicht mehr fühle. Ja, ha ha ha! Bäh! Bäh! Höh! Wieder! Kommt das? Bäh! Bis dahin! Bäh! Bäh! Butter ist tot. Nein. Butter ist normal. Ah, scheiße. Ein Schlag noch. Komm. Und weg. Endlich. Was ist denn dahinter? Okay. Licht anmachen. Du scheiße. Ernst jetzt? Amen. Hahaha. 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 So, was habe ich denn noch hier? Drei Quests noch, Soft Park, ob da noch ein Problem. Da ist nur einer. Und da ist nur einer. Hm. 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 Das war's für heute. Ah, das Kind. Meine Kirche war da was. Da war auch noch ein Banner oder was ähnliches. Ah, wo? Ach, da. Das war's für heute. Stay out of the lost forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Und da war noch irgendeiner. Ah, da. Das muss alle gewesen sein. Oder? Hat? Hat der Kert Hundekacke zurück? Okay, Kyle's house. Hat der Kert Hundekacke zurückgezogen. Hm. Was zu sehen. So. Das sind noch zwei Quests. Kinder noch. Ja, Kinder. Können die nur sein. Und die Penner. Hä? Wie neue Quest? Hä? Okay. Oh. Ernst jetzt? Greif die Kirche an. Schnell hin. Schnell da hin. Schnell hin. Schnell hin. Schnell hin. Schnell hin. Jajaja Leicht, leicht, leicht Ach, Mist Alter, was ist das? Tempo-Trank I'm kind, my name I gotta get outta here You wanna throw down, dog? I'll throw down Roar Und Fähigkeit Und aufladen Und aufladen Nein Ah, 300 noch Weg Geht doch Ja, es sind drei Kinder und zwar ob da los sind Genau Könnten Ja, es ist 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 Ich glaube nicht Ich glaube Das hat keinen Sinn mehr, das jetzt weiter zu machen Das Spiel Äh, nein, ähm Damit, äh, beende ich die Komplette Softpack Season Äh Nein Ähm Warte mal Warte Das sind Zähne Machen Ja, es ist 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 Dos Ja, es ist Ja, es ist Das ist Ciao!